Oh, jetzt, jetzt kann ich... Äh, mein ich ja. Oh, hast du die denn? Ich hab die nicht. Äh, nee, jetzt hab ich sie dir auch nicht hingeworfen, weil ich gerade etwas schaffe, was unglaublich ist. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir und dem Flo. Und mir. Und, äh, falls, und jetzt, äh, will ich euch direkt am Anfang sagen, falls die Audioqualität etwas schlechter sein sollte, ist das, weil wir gerade überhaupt keine Zeit mehr hatten, wir haben einfach... Ui, Hallöchen. Wir haben einfach nur... Wir mussten nur auf TSXX. Genau, und dann haben wir einfach nur gesehen, wir spielen gerade Cuboid, das ist eine neue Map. So, hier ist der Eisenspawner, hab ich uns schon mal hingebaut. Ähm, und, äh, ja, die stellen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Äh, also, ich find... Nachdem, komm, man eine Servererhöhung heute hatte. Genau, eine Sloterhöhung. Ähm, warte, ich baue uns hoch, ich baue uns hoch. Dann kommt hier keiner hin. Dann müssen wir natürlich immer Blöcke dabei haben, aber... Hier kommt auch keiner ohne Blöcke hin. Sehr gut, Flo. Alter, Alter, das ganze Team Gelb ist da, scheiße! Wir hätten einfach durchrascht. Flo, versuch's! Ah, schade. Ist, ist ärgerlich. Ach, Gott. Oh, da ist Blau, zu dem kann ich dann auch gleich mal versuchen. Oh Gott, oh Gott! Nein! Oh, Mann! Ach, das... Das ist ja echt unfair. Okay, und jetzt ein bisschen auf unser eigenes Bett aufpassen. Das ist nämlich noch überhaupt nicht so gebraucht, aber wir haben hier einen, der hat sich schon ein bisschen equippt. Ist, ist schon eine starke Sache, auf jeden Fall. Komm, mach. Ich will mich jetzt mal versuchen, zu Blau oder so durchzugehen. Kannst du gerne machen. Ich baue schon mal unser Bett ein bisschen ein, damit ich... Boah! Ich habe gerade die Panik meines Lebens bekommen, weil ich dachte, unser Bett würde abgebaut worden sein. Nur weil ich wieder ein paar Sekunden gewartet habe, aber... Es war nichts. Sollte, die haben das schon mal leicht zugebaut. Ja, ich hole jetzt den Spitzhacker und dann, Flo. Dann mein Freund. Ich bringe dir eine mit. Wir treffen uns in der Mitte. Bei dir schon gestorben? Hä? Achso, ja. Ah, jetzt geht's. Oh, der Blau hat... Flo, hier, ich werfe dir eine Eisenspitz... Eisenspitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Nein. Oh, jetzt... Jetzt kann ich... Geil, meine ich ja. Wo hast du die denn? Ich hab die nicht. Äh, nee, jetzt habe ich sie dir auch nicht hingeworfen, weil ich gerade etwas schaffe! Was unglaublich ist! Lassst du das? Ja, wer sonst? Nice. Wow, okay. Naja, ich gehe jetzt zu den nächsten. Tu das. Oder versuche es wenigstens. Ich komm mit. Versuche zu grün. Ah, nee, das ist auch schon zerstört. Lol. Dann nur noch Gelb. Ja, warte, Flo, ich komm hinterher. Fuck, ich bin runter. Oh, scheiße. Oh, ich brauche mal kurz ihren Weg zur Mitte ab. Oh fuck, die bauen... Ich rüsste mich eben neu aus. Die bauen sich einfach hoch. Ist genial. Da unten ist ein Blauer. Attacke! Oh, ich bin tot. Aber ich will das Gold von ihm zerstören. Wenn er mich tötet, jetzt hat er nämlich sein ganzes Gold verloren, was da rumlag. Ähm, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ihr müsst aufpassen. Ne, so wird das nicht geschrieben. Aufpassen. Okay. Dankeschön. Ihr seid echt die Größten. Süßen. Oder auch nicht. Wieso? Oh Mann, da kommt wieder ein Ekypon von Gelb. Ja, Flo, komm, wir machen das jetzt, okay? Wir beide zusammen. Die können sich nur auf einen Fuss ziehen. Ja, dann komm. Schalt den einen auf und versuch den Ekypon runterzuschlagen. Ja, äh, zieh dich ruhig zurück, zieh dich ruhig zurück. Ja, ich würde runtergehauen. Ist nicht so stark. Ist egal, wir haben einen Bogen, alles easy. Ehrlich? Ja, also ich nicht, sondern dieser eine, der in der Mitte ist. Ja, ja. So, da sind vielleicht auch noch in der Mitte. Fuck, nein, der... Okay, okay, Flo, jetzt, jetzt musst du, jetzt können wir, jetzt können wir es versuchen. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Achtung. Scheiße. Achtung. Hilfe. Okay, ich habe alles in Alarmbereitschaft gesetzt. Wahrscheinlich ohne Grund, aber es ist mir relativ egal. Aber einer wurde getötet von uns. So, du bist noch da. Soweit schon, ne? Oh, man. That's, that's pretty silly. Ähm, aber die haben halt noch alle Spieler, aber macht ja nichts. Wir haben als einzigen Bett, oh man. We are OP. Guck mal, da unten ist einer. Oh, ich kassiere, aber... Er kassiert auch. Oh, er... Ich hatte die beste Raidbox, aber ich habe ihn leider nicht erwischt, aber ich habe einen Bogen. Guckst du gleich aus, Docker? Ähm, ich denke, ja. Wieso denkst du, das muss klar sein, dass man die guckt? Ähm, ja, vielleicht nicht komplett. Ach, das ist ein Gelber. Vielleicht nicht. Scheiße! Achtung! Nee, Achtung! Fuck, der ist runtergesprungen. Nee, ne. Oh, nein! Ja, Illschen würde ich mehr tot sein. Das kann echt nicht sein. Wo ist unser ganzes Team? Wo sind die ganzen guten Equipment, die hier gerade noch rum standen? Flo, es lebt auch noch von jedem Team einer. Flo, komm, wir müssen... Ah, nee, wir können wieder zu unserer Base. Wir können wieder zu unserer Base. Okay. Ähm, ja, scheiße. Da unten ist beim Gold einer. Hey, helf mir, ich hab keine Sachen. Ich muss hier hoch. Ja, ich hab Blöcke für dich. Danke, wir müssen uns jetzt gut equippen. Guck mal, weißt du? Wir nehmen nie Sachen. Wir sind einfach die richtigen Opfer unseres Teams, aber reißen alle... Ja, wir nehmen uns einfach nie Sachen. Und unsere nehmen sich die ganzen Sachen und kriegen es nicht hin, so ein scheiß Bett zu verteidigen. Ich versteh's nicht. Lol, da machen Blau und Rot Team. Nee, okay, die haben sich getötet. Ich bin immer ein bisschen... Scheiße, wir sind rot. Da ist ein Roter gestorben. Brauch dringend jetzt Essen. Komm zurück, ja. Weil ich sonst nicht drecke. So, ich hab mir schon mal ein Schwert gekauft. Hast du auch eins? Nee. Dann hier. Dann hier. Hier, ich hab dir dann extra... Ähm... Ich hab sogar zwei Gold. Ich hab extra mein Eisen für... Ich kauf dir jetzt sogar eine Brustplatte. Was sagst du dazu? Das ist famos. Auch wenn die nur Level 1 ist, aber trotzdem, oder? Nee, das ist... Pass auf. Guck mal, guck mal, guck mal nach hinten, bitte. Nach hinten? Ja, ob da welche kommen. Ach so, in die Mitte. Oh, da kämpft... Ja, da hat ein Roter voll gekauft. Nice. So, Flo. Hier. Flo. Oh nein, jetzt hab ich dir alles doppelt geholt. Nein, okay. Du irgendwas. Flo, hier. Flo. Nimm's jetzt. Nice. Wie hast du nice geschrieben? Jünger. Ach so, Spitzer gebrauch ich gar nicht mehr. Ähm. Mal gucken, was hier noch so riecht. Scheiße. Ich kann mal so blöd sein. Sag mir das. Ja, das frage ich mich auch. So, jetzt hol ich mir erstmal ein besseres Schwert. Ich versuch mal, ähm... Nein, warte auf mich. Warte auf mich. Oh, fuck. Da ist ein Grüner. Wir machen alles zusammen, Flo. Komm. Ja, dann komm auch. Wir sind ein Team, mein Freund. Okay, der grüne haut ab, sehr gut. Jetzt haben wir die Mitte, quasi. Quasi. Ja, dann komm. Nee, da ist rot. Ah nee, wir sind rot, ey. Okay, ich hab vier Gold. Ich geh wieder zurück. Nice, ich hab auch... Jetzt bin ich runter. Pass auf! Ah nee, das ist ein roter. Ich hab ihn auch schon gehitted. Oder wollte ihn hicken. Irgendjemand braucht Blöcke, ne? Aber ich hab gerade keine Zeit für Blöcke. Ich hab keiner für ihn, weil ich sonst selber keine habe. Ich hol welche, kannst du ihm schreiben? Weil jetzt ist jedes Teammitglied wichtig. Ich hol welche. Oh nein, er wird getötet jetzt. Weiß er. Er ist tot. Aber du hast einen Bogen, ne? Ja. Dann schießt den Grünen weg. Ja, die sind halt da unten drin, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich zu denen hinkommen soll. Ja, komm, wir müssen runter, bevor der sich ein Bogen... Nee, da sind zwei Grüne. Oh. Oh, okay, jetzt können wir. Nein, gar nicht wahr. Da ist nur einer. Flo, ich brauch... Oh. Oh. Hier, warte. Sammelt das Gold und dann hoch. Nichts wie hoch. Ich brauch ein Gold. Ich hab keine... Ja, komm, hier. Hier. Da liegen welche. Oh. Ach, hier. Beeil dich. Oh, danke. Ich versuch, dich mit dem Bogen wegzuhalten. Okay, es kommt gar keiner. Auch gut. Ich hab zwei Gold. Komm, ich. Nein, ich hab drei Gold. Nice. Muss ich entscheiden, aber ich würd'n Bogen nehmen. Auge und nehmen. Ja, klar. Hier, da liegen die. Wichtig als so ein Kackeisenschwert. So, ich... Du guckst eben, ob da jemand kommt. Ja, pass dich auf. Ich hab ja jetzt ein Bo. Ähm, jetzt hab ich... Dann holen wir einen Eisen für eine Spitzhacke. Äh, ich hab jetzt erstmal... Äh, für eine Kiste, meine ich. Ja, okay. Ich hab jetzt erstmal mir die beste Chesspate geholt. Ja, das ist auch in Ordnung. Die glaub ich auch. Ja, ich weiß. Wir haben ja nur Level 1. Hier, hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Okay, gut. Okay, komm, wieder in die Mitte. Nee, nee, warte. Geh eben. Eisen. Da ist nichts mehr. Weil jetzt hab ich auch schon mal die beste Chesspate. Ah, das ist gut. Festplayed. Okay, wir können die Mitte jetzt haben. Ja, ja, klar. Ja, ich hab ganz viel Gold. Fuck, jetzt hab ich mir 7 Level 1er geholt. Ach, du bist ein... Du bist ein Idiot. Aber ich kann mir jetzt... Ich hab mich, bitte. Ich kann mir jetzt erstmal einen Eisenschwett gönnen. So, es kommt keiner, Flo. Du hast... Da unten ist einer. Guck mal. Wo? Mal gucken, ob er... Oh, jo. Der hat einen Bogen, glaub ich. Alter, ist leck. Leckt das bei dir auch so? Nee. Ich treff ihn richtig gut. Ja, ich auch. Oh, er muss so gut. Er hatte bestimmt so 2 Herzen. Geh nochmal runter. Ja, tu das. Ich hol mir jetzt ein Eisenschwert. Ja, ich... Äh, wie viel hast du, Turb? Acht. Acht? Oh, dann kann ich mir auch einen bezahlen. Jo. Liegt in der Kiste. Boah, Flo, das gewinnen wir. Die haben beide nur noch einen... Ach, so! Die haben beide nur noch einen Spieler. Hm, und Green ist ganz vernichtet. Ach so, ja, dann ist das ja überhaupt kein Problem, weil Gelb hat gar keinen Bogen. Der wird komplett zerstört, wenn der sich nur einen Millimeter aus seiner Base bewegt. Und ja, wir haben halt alles jetzt, ne? Quasi, kann man nicht sagen. So, mal schauen, ob ich es jetzt schaffe, mir die beste Chestplate zu holen. Wird jetzt interessant. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und ich hab's geschafft. So, 9 Level 1er Chestplate. Also wenn wir... Ach, nee, wir können ja gar nicht mehr respawnen. Stimmt ja. Also würde das auch keinen Sinn machen. Nee, also kann sich gar nicht mehr rausreden. Hä? So, dann würde ich sagen, sparen wir jetzt für beste Bögen. Alter, Leute, habt ihr gerade diesen Spectator gesehen, der auf einmal vor mir aufgetaucht ist? Und ich hab den... Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen, ey. Ohne Witz. Hast du... Ach so, du hast Gold noch gar nicht eingesammelt. Nee, nee. Weil hier liegt schon wieder ordentlich. Ja, ich hätte keinen Bock, mich wieder hochbauen zu machen. Oh. Oh, da ist der Gelbe. Ja, ich weiß. Ich hab den schon... Ich hab den schon gut gehittet. Ich hab wieder 10 Gold, das heißt... Noch 3. Jetzt auch zweimal mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ich geh jetzt mal zum Blauen, der hat sich da eingebaut. Der dürfte ja eigentlich easy sein. Die Frage... Ach so, der ist einfach da runtergesprungen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er da runtergesprungen. Ja, das macht mir ein bisschen Angst. Ich hab auch keine Spitzabwehr, die sollte ich mir erst zulegen. Gib mal her. Ich nehm auch mal hier das Eisen mit. Das hat er wahrscheinlich ja schon lange nicht mehr ausgecheckt. Kann ich ja mal machen, ne? Ja. Ja, das war ordentlich. Auch wenn wir es nicht brauchen. Entspannte... Aber da kann man ja die... Ah, nee, Spitzhacken sind ja auch unnötig geworden. Entspannte 33 Stück. Davon habe ich mir jetzt erstmal eine Steinspitzhacken gegönnt. Und ja, werde ihn da unten jetzt mal Besuch abstatten. So, das sneekt er direkt. Ich bewache jetzt den Gelben. Sobald er zu seiner Base gehen will, beschieße ich ihn, sodass er runterfällt, hoffentlich. Ähm, oder du hilfst mir. Oder ich versuche jetzt zu ihm durchzugehen, aber ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat. Ah, da ist der drin. Okay. Er hat das richtig zugebaut. Quasi wie ein Bett gesichert. Bräuchte jetzt hier Blöcke. Danke. Ich bin gerade dabei, den Gelben zu vernichten. Interessant. Ich bin dabei, hoffentlich den Blauen zu vernichten. Gut. Nice. Jetzt kann er zu mir kommen. Ich... Ich kriege den eh, aber... Ich frage mich gerade nur, wo zur Hölle sich der befindet. Hä, was hat der sich denn hier... gebaut? Ist der nicht da unten irgendwo? Ja, ja, ich bin da, ja. Bist du da runtergesprungen? Ja, ich habe alles hier zugebaut. Hat man überlegt. Ja, man kann ja hier auf die Bäume... Ja, locker, easy. Da ist er im Endeffekt. Da ist er! Fuck! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Oh, ich habe ihn gerollt. Ich wollte gerade dir zur Hilfe. Oh, fuck! Da auch gerade drin. Gigi. Guter Endkampf. Übermorgen. Übermorgen. Aufkopfer. Oh, gerade noch so geschafft. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst du positive Wettbewerden da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao!